Skabia! Was? Hast du unsere Abozahlen gesehen? Oh, warte... Ja, schnell! Wir müssen ein Special machen! Ich habe keine Zeit für ein Special. Hier muss ja nur ein kleines sein. Ganz klein! Aber ich bin gerade erst aus China wiedergekommen. Verlos irgendwas! Ich hab nix! Oder mal was! Keine Zeit! Mache irgendwas Spektakuläres! Spektakulär also! Na, da ist man acht Tage weg und schon erreicht man die 600 Abonnenten. Äh, ja, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen, bin jetzt total erschlagen von Arbeit und hab jetzt aber zwischendrin doch noch ein kleines Video machen wollen, einfach um nochmal Dankeschön zu sagen. Danke für über 600 Abonnenten. Danke an alle, die von Anfang an dabei waren. Danke an jeden Einzelnen, der jeden Tag dazu gekommen ist. Ähm... Äh, ja, sollte euch langweilig sein und ihr wollt wissen, wo ich diese besagten acht Tage über Silvester war, dann schaut doch mal! Phew! Ähm, da hab ich nämlich einen kleinen, ja, einen kleinen Zusammenschnitt gemacht von meinem Urlaubsziel. Äh, da mir im Vorhinein von ein paar Personen angekündigt wurde, dass sie das interessiert und dass ich da unbedingt ein paar Aufnahmen machen soll. Äh, ja, und es gibt noch ein Tag-Video zu sehen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play, oder im nächsten Special, oder whatever. Tschüss! Es ist halt so warm. Äh, es ist so warm hier. Okay. Okay. Pew, 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 pew! Pew!